Hallo und jetzt kommen wir wieder bei New German Reviews, wir hatten mal wieder mit Assassin's Creed Shiner, Chronicles Shiner, so. Wir waren gerade auf dem Weg zur Kaiserin. Ich muss gerade mal gucken, ich glaube den kann ich direkt mitnehmen, hier, wenn ihr vorbeiläuft, so. Zack. So, der dreht sich öfters mal um. Das heißt, kann sobald er sich mal umgedreht hat, kann ich da durchrennen und dann aufs Fenster gehen. Äh, so. Alles klärchen hier. So. Wir müssen nochmal kurz was warten. Kann ich hier einmal den umbringen? Den nochmal umbringen. Alles klärchen! Ähm, wir mussten zur Kaiserin, wo waren die Kaiserin? Da oben ist das Hauptziel, ne? Da oben? Ich denke. Deswegen sollte da oben die Kaiserin sein, wir sollten die ja auf den höchsten Punkt treffen von irgendwas. Äh, ich würde gerne die wohl mitnehmen. Weil davon habe ich leider gar keine mehr. So. Von den sweeten Knallkörpern. Oh nein. Oh nein. So. Hattet dich schön, der auch genau. Und deine auf. Und deine. So, ich muss mal gucken. Kann ich einfach hier rüber? Ich denke, ich könnte das jetzt auch mitnehmen da unten, aber pfff. Dann kriege ich lieber mehr Gold. Wurde, dass das dann besser ist. Also so. Das hier nochmal Ablenkungspfeile. Die brauche ich nicht. Ähm. Okay, der guckt nur bedingt hier runter. Nein. Nein. Scheiße, die schwere Waffe. Ich hätte den erst töten sollen. Fuck. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin hier. Ähm. Die hat die Dingswaffe. Ich kann. Nein, 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 nein. Ich kann. Nein. Guckst du jetzt runter, oder? Was können wir das mehr? So. Wollen wir mal mitlenken? Nein. Dein Ernst? Im Ernst jetzt? Ich habe den nicht töten können, weil er sich gerade umgedreht hat. Ach, Mann. Muss ich hier irgendwo noch sagen? Nein, ich kann hier gar nicht. Ich bin mal hier lang. Oh Mann, das wäre so schön gewesen. Ich kriege jetzt bestimmt nur Bronze. Weil der einmal alarmiert wurde. Bestimmt. Hier kann ich hoch. Hopf. Ja, natürlich kriege ich nur Bronze. Voll die Scheiße. Fuck. Dein Ernst. Es ist gut, dass ich dich wieder sehen kann. Was ist falsch? Ich bin sorry. Felix Ball. Ich habe dich wieder gesehen, wenn du gesund hast. Wer Wut... Warte mal. Ich komme jetzt gar nicht mit Wut, die da getötet hat. Hören wir ja jetzt. Wir treffen uns wieder, Xiaojun. Ah, okay. Ich habe dich gesehen, in Na'an. Ich erinnere mich, dass du ein Konkubin warst, mit der Empress. Sie war mehr als willig, um dich hier zu holen. Lies. Ich hatte keine Wahl. Sie hat sich zu leben. Sie leben mehr zu ihr, als du siehst. Wer würde sie schütten? Ich verabschiede dich, Frau. Ihre Verabschiedung ist sehr, 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 sehr. Es gibt keine Rebirth von der Assassin's Brother. Du hast keine Freunde left. Die letzte Person, die du, die du glaubst, glaubst, hat dich verabschiedet. Das ist wie wir auswählen, deine Kindheit. So verabschieden von anderen. So weak und pathetisch. Die gleiche Qualität, die deinem Master gezeigt hat, nur bevor ich ihn töte. Kommt näher, und ich zeige dir, wie weich und pathetisch ich bin. Master, allow mich. Die Kämpfe ausgelöst wurde in der ganzen Stadt aus. Sobald Shao-Jung Kui-Ju besiegt hat, muss sie aus dem Inferno entkommen. Und solange es einen Fluchtweg gibt, erhöhten Schaden 6.30 Minuten. Okay. Okay, jetzt muss ich ihn töten. Okay, ich kann, ich kann am besten. Nein. Wie ich schon sagten, den Dänken hier durchschneiden. Und zack. Ich hab mich getroffen, doch. So, mal gucken, von hinten. Okay, von hinten kann ich dich treffen. Oh, hier. Nein, aua. Boah, zum Glück hab ich drei. Komm hier. Komm. So, perfekt, auf den. Nein. Ich hätte den töten können sogar. Fuck. Nein. Oh, fuck. Hier, komm. Hier, komm. Ah, ich hab die falsche Tasse gedrückt. Fuck off. Mann. Nein. Ey, komm, das gibt es nicht, ne? What the f- What the f- Okay. So, ich kann ihn jetzt einfach da durchlaufen lassen. So, war jetzt nicht so schwer. Alles klar. Alles klar. Wollen wir raus hier? Sechs Minuten, dann haben wir Gold. So, komm. So, komm. Schneller. Links da oben sind mir jetzt noch grad Latte. Komm. Gut, fahrs da. Fahrs da, ciao, Jun. Äh, du solltest dich auch festhalten. Fuck. Okay. Na. Warum sterbe ich die ganze Zeit? Was ist denn los mit mir? Komm schon schneller. Go, 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 go. Okay, jetzt. Warum hältst du dich daran nicht fest? Ich versuche da so ganz schnell rumzukommen, damit ich ganz schnell rumkomme halt. Aber ich versuche jetzt einfach nur mal, ja, normal zu machen. So, jetzt kommst du da ran. Nein, so. Okay, so geht das. Waren wir rüber. Waren hoch. Waren wir rüber. Hopp, hopp. So, komm schon. Schneller, schneller, schneller. Ich habe 6,5 Minuten Zeit. Jetzt kann ich da drunter herrutschen. Und ich verbrenne noch schön mit. Greift die Assassinen. Nee, Mann. Ich wollte das eigentlich gar nicht einsammeln. Nur ich hatte halt keine andere Chance mehr. Weil ich falsch gelaufen bin. Komm schon. Schneller. Spring höher. Ah. Nein. Fuck. So. Nein, da muss ich hoch. Fuck, fuck, fuck. Das war doof. Komm, ich will nur unter 6 Minuten bleiben. Beziehungsweise unter 6,5 Minuten. Ich muss einfach nur flüchten. Aber das Flüchten macht relativ hart viel Spaß, ne? Und alle. Hopp. Ich denke, ich muss noch weiter flüchten. Natürlich. Nice, Mann. Nein. Nein. So, scheiße. Da will ich mich hart lange... Nein. Ich kann einfach so da hoch. Ich Idiot. Ich fucking Idiot. Ich hätte einfach so hoch können. Dead was not so intelligent. Leute. Ist mir das einfach unterm... Untere Beine weggebrochen. Ähm. Okay. Vorne sind welche. Und die Flammen kommen wieder relativ nah. Haha. Ich will mich ankotzen, wenn ich du wäre. Oh, scheiße. Na. Das gibt es nicht. Ich stehe die ganze Zeit jetzt gerade hier, Mann. Was ist denn los? Komm schon. Du bist getötet. Komm schon. Fahr's da. Warum brennen die auch eigentlich alles an? Oh. 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 Okay. Das habe ich gut gesehen, dass da Stangen sind. Ansonsten wäre ich da unten eiskalt verbannt. Tut mir leid, du. Tut mir echt leid. Eis. Tut mir echt leid. Ich kann dich nicht retten. Ich kann dir nicht retten. Ich kann dich nicht retten. Das ist so eine Stange, yo. Was ist denn los? Oh, komm. Hä? Wie soll ich denn lang? Ach, genau. Bin ich gerade nicht weit genug gesprungen. Warte. Bisschen schnelle Dinger brennen auch hoch. Merke ich gerade so. Hö, hö, hö. Äh, ja. Schneller. Fuck, Alter. Ficken. Jetzt bin ich wieder hier. Und davor kann ich, by the way, nicht springen, ne? Wer sich gerade fragt, ich kann davor nicht springen. Letzten, Moment. So. Alter. Ja. Auch hier lang. So, komm schon. So. Kann man rüber. So, ciao tun. Dankeschön. Reiner. Ah, komm. Kann man rüber. So, jetzt kann ich weiter. Oh. Das gibt es nicht. Warum springst du, warum springst du manchmal nur so kurz? Aber sie springen am letzten Moment ab, wo es geht. Und dann, dann springt die einfach nicht mehr weiter. Dann, ich starte nicht mehr so. Ich will die einfach nicht mehr weiterspringen. Komm, ich bin fast raus, oder? Ich bin jetzt raus. Wie schnell habe ich es geschafft? Vier Minuten. Achso. Ja, scheiße. Ich habe irgendeinen Schaden gekriegt. Ich bin auch fast Sprinter geworden, Mann. Für 15 Minuten noch. Irgendeinen Schaden. Irgendeinen Schaden angerufen. Entschuldigung. Okay. Das ist ja selbsterklärend. Das ist ja selbsterklärend.